Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist. Ich bitte Sie, dass bei allem Verständnis dafür, aber so wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht. Okay, wir werden übersetzen. Can I ask you, how will the rest of the world see German foreign policy changing with you at the helm? Wie wird sich die deutsche Außenpolitik unter Ihrer Führung verändern? Sie stellen dieselbe Frage nach Ämtern, nur kommen Sie von der internationalen Ecke. Und ich gebe Ihnen die selbe Antwort, die ich Ihren deutschen Kollegen gerade gegeben habe. Das, was ich außenpolitisch gesagt habe, das gilt, das habe ich gerade eben noch einmal wiederholt. Aber eine Debatte über irgendwelche Ämter und Verantwortlichkeiten in der nächsten Bundesregierung werde ich nicht führen. Inhaltlich habe ich die Frage gerade beantwortet, es gilt dort unser Programm. Und damit das nur gleich klar ist, wir können doch gerne mal außerhalb einer Pressekonferenz fabelhaft auch uns zum Tee treffen und dann sprechen wir nur Englisch. aber es ist Deutschland hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. cực